Romy Kampe, schönen guten Abend. Ich bin die Projektleiterin des Komponentenportals von Professor Faltin von der Projektwerkstatt und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Komponenten, die man denn so zum Gründen als Entrepreneur sucht, zusammenzustellen auf einem Portal, Recherchearbeit zu leisten und einfach ein bisschen Inspirationsquelle zu sein und auch natürlich Ansprechpartner für professionelle Dienstleistungen hinter den Komponenten, also ausgewählte Dienstleister, die sich genau auf die Geschäftsprozesse oder Geschäftsvorfälle in einem Unternehmen und gerade in einem jungen Unternehmen spezialisiert haben. Johanna? Ja, hallo, ich bin Johanna, seit zwei Wochen Doktor und ich habe vor zehn Jahren einen Verein gegründet, das habe ich aber neben meinem Beruf und neben meinem Studium gemacht und zwar haben wir einen Kindergarten unter anderem gebaut in Togo in Westafrika und wir haben den nicht einfach nur so gebaut, Hilfe zur Selbsthilfe, sondern das Ziel war es, dass die Strukturen sich verändern und dass etwas Neues entstehen kann, ohne dass Hilfe von außen nötig ist. Das heißt, wir haben de facto diesen Kindergarten gebaut für 120 Kinder und gleichzeitig auch eine Seifenmanufaktur gebaut und dank dieser Seifenmanufaktur, dank des Geldes, was dadurch reinkommt, können die Kinder zweimal täglich ernährt werden. Wir haben noch ein kleines Mikrofinanzsystem entwickelt mit einer Dorfbank, wo Kredite vergeben werden können, aber dazu vielleicht dann später oder sozusagen unser Ziel ist, was auch vielleicht so an Faltin sich anlehnt, neue Strukturen entwickeln und auch sich selbst vielleicht obsolet machen und selbst aber dafür zu sorgen, dass Dinge von selbst strukturiert werden können und auch von selbst überleben können. Akpe, Akpe heißt auf Deutsch Leben. Ja, Martin Lipsauf. Der Martin, ja. Ich habe vor fünf Jahren angefangen, Laktose-Intervalente mit Laktase zu versorgen, nach dem Kampagnenprinzip. Das heißt, wir sind gestartet von aus großer Tüte in kleine Tüte an Freunde und als viele Freunde dann von den kleinen Tüten etwas haben wollen, wurde daraus ein Unternehmen. Und das Unternehmen hat jetzt ein kleines Labor in Leipzig, entwickelt eigene Produkte. Das geht ein bisschen weg von dem alten Kopfschläg, Kapitalkampagne wird da ganz ausmodell und mehr hinzu machen wir das, was dem Gründer gefällt, nämlich das ist genau das, was ich gern tue. Das tun wir, wir versorgen Laktose-Intervalente. Gut, und Kampagnenprinzip heißt, dass ihr das im Modell, das Faltin vorgelegt hat, mit der T-Kampagne, das mittlerweile auch schon geklont worden ist in Form einer Weinkampagne, einer Waschmittelkampagne, einer Gewürzkampagne. Also ihr verfahrt nach dem Modell und baut das Unternehmen nach dem Kampagnenprinzip auf. Was heißt das konkret? Na, zum Beispiel erstmal Ausschaltung von Zwischenhandeln, war damals ein Thema, auch für uns. Witzigerweise sind Laktose-Intervalente dummerweise morgen nicht mehr Laktose-Intolerant. Die sind das auch noch in einem Monat oder in einem Jahr oder in zwei Jahren. Trotzdem haben die immer eine Monatspackung gekauft, 30 Stück oder 25 Stück oder wenn es ganz großzügig kamen, 15 Stück, weil es so viel Sinn gemacht hat. Immer schön eingeblistert und schön eingepackt, bei der Drogistin dann gekauft. Das ist natürlich ein vollkommener Unfug. Das heißt, Zwischenhandel ausschalten, da gab es extrem viele Stufen, das musste ja eingekauft, produziert werden. Dann hat jemand seine Marke draufgesetzt, das passiert heute noch viel stärker. Und dann zum Drogisten, zum Apotheker. Das haben wir so durchgestrichen, weggenommen. Und das zweite war eben auch Großpackung. Auch damals für mich einen Start zu finden und zu sagen, was brauchen wir denn Kapseln? Viele haben damals die Kapseln geöffnet, haben das Pulver genommen, haben es über das Essen gestreut. Also Gleichpulver mit einer ordentlichen Dosiermöglichkeit. Und nicht erst kleine Menge wieder Monatspackung, sondern gleich große Menge. Laktase für ungefähr ein Jahr, habe ich damals gesagt. Mittlerweile verbrauche ich ehrlich gesagt sogar noch viel mehr davon. Eine andere Idee, ein anderes Konzept ist ja das Gründen mit Komponenten. Jetzt haben wir hier die Spezialistin, die genau das anbietet. Was heißt Gründen mit Komponenten genau und welche Komponenten habt ihr bei euch auf dem Komponentenportal im Angebot? Ja, also ich habe damals auch vor einigen Jahren das Buch Kopfschläge Kapital gelesen und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und dann kam halt der Schritt, dass ich mich mit der Projektwerkstatt und mit Professor Faltin zusammengesetzt habe und überlegt habe, was kann man denn überhaupt anbieten oder was braucht denn ein Entrepreneur oder ein junges Unternehmen oder ein Unternehmen in Gründung, um ein Unternehmen gründen zu können? Also welche Komponenten sind notwendig? Welche Geschäftsvorfälle gibt es in einem Unternehmen? Wie kann man diese Geschäftsvorfälle in Kategorien einteilen und welche Komponenten braucht es mindestens in jeder Kategorie, damit man wirklich von A bis Z erst mal Komponenten auswählen kann? Also es gab es ja schon in Ansätzen wie die Buchhaltung mit dem E-Büro oder auch es gab auch schon die Logistik von der Projektwerkstatt. Allerdings war das für kleine Entrepreneure, waren diese ganzen Komponenten sehr groß und das heißt, wir wollten wirklich ganz klein anfangen, mit kleinen Sachen, auch Komponenten, die der Gründer selber machen kann. Das heißt, man muss nicht viel Geld bezahlen oder überhaupt Geld bezahlen. Man kann dieses Komponentenportal auch nutzen zur Inspirationsquelle. Man kann einfach schauen, was gibt es denn überhaupt auf dem Markt und sich inspirieren lassen und viel selber machen, auch wenn man das möchte. Aber andererseits, das sind ja jeder Komponente auch bei uns ein professioneller Dienstleister oder auch mehrere Dienstleister, die die Komponenten eben auch professionell umsetzen können. Wie sieht das konkret aus? Ich habe ein Unternehmen und brauche eine Buchhaltung oder ich habe ein anderes Unternehmen, ich brauche einen Versand. Wie kann ich ganz konkret bei euch Hilfestellung bekommen? Genau, also wenn man das braucht, dann ist man ja wahrscheinlich schon ein ganzes Eckchen weiter. Aber die Idee, gerade und auch ein großer Wunsch von Professor Faltin war, dass wir auch ganz, ganz klein anfangen. Das heißt, man kann bei uns auch erstmal eine kleine Entrepreneur-Webseite kostenlos bekommen und sich einrichten selber. Das dauert zehn Minuten, Viertelstunde. Das ist ganz einfach und kann dort erstmal, also praktisch mit null finanzieller Einlage, sein Entrepreneurial Design testen und erstmal an die Welt rausgehen. Man kann sofort mit dem Verkaufen starten, man hat ein kleines Bestellformular, genauso wie das auch jahrelang bei der Tee-Kampagne war und kann erstmal sein Unternehmenskonzept testen. Und wenn man dann merkt, dass es funktioniert und wir haben schon einige Entrepreneur-Webseiten, die sehr gut verkaufen bei uns, auch im Bereich Social Entrepreneur und Afrika, also wirklich ganz spannend, dann kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, so jetzt brauche ich aber eine professionelle Webseite oder einen professionellen Webshop oder eine Buchhaltung dahinter oder ein Tool zur Rechnungserstellung. Und ganz neu, was wir jetzt haben, ist unsere Logistikkomponente für Start-ups und ich glaube, das ist wirklich, ich würde sagen, einmalig in Deutschland, weil Logistik für Start-ups ohne Mindestumsätze gibt es eigentlich so nicht. Also das heißt, man kann auch als ganz kleines Unternehmen kommen und seine Logistik von uns machen lassen. Also durch einen Packbetrieb, der auch unter anderem die Tee-Kampagne abfertigt. Okay, Komponenten, die Kampagne. Johanna, gab es für dich auch irgendeine Idee aus Faltins Büchern, die für dich irgendwo leitend war, wo du wesentliche Impulse daraus bezogen hast für deine Gründung? Ja, generell alle Ideen von Herrn Faltin waren bedeutend bei der Schaffung. Also ich habe bei diesem Verein gegründet, da war ich gerade 20 und da habe ich ehrlich gesagt Herr Faltins Buch noch gar nicht gelesen und habe danach aber gemerkt, ach, ist ja krass, da hat jemand das aufgeschrieben und wir haben das irgendwie schon so gemacht. Und jetzt bei dem zweiten Buch merke ich aber auch noch, dass es natürlich noch weitergeht, dass es natürlich noch um eine Kritik der Ökonomie im Generellen geht. Und so weit sind wir mit meinem kleinen Verein natürlich nicht. Aber was uns immer wichtig ist, dass wir die Ideen, die vor Ort schon sind, nutzen und dass wir nicht von außen, besonders mit Westafrika ist es vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger, auch von außen zu kommen und sagen, hier, wir haben ja die super coole Idee, lass das doch mal so machen. Nein, wir gucken, okay, was ist da? Das Problem war, es gibt nicht genügend Seife. Seife musste immer importiert werden von anderen Dörfern. Unser Dorf, wo wir arbeiten, ist sechs Stunden bis zur nächsten Stadt nur erreichbar. Also es ist wirklich mitten im Busch. Und somit haben wir dann gesagt, okay, wie können wir dann dieses verbinden? Und das ist ja auch bei Herrn Fattin immer ganz toll. Wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Seife gibt es schon, es gibt schon generell Strukturen von Kindergärten. Aber wie können wir versuchen, dass sich dann dieser Kindergarten auch langfristig erhält. Und den Kindergarten gibt es jetzt seit fünf Jahren. Und es ist alles nicht einfach. Also es gibt auch immer Probleme auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein totales easy-peasy-Konzept oder so. Aber dank des Seifenverkaufs haben die Frauen nicht nur eine andere Selbstschätzung, Selbstwahrnehmung, weil sie sagen, hier, guck mal, das habe ich selbst gemacht. Und sie gehen auf den Markt und verkaufen das. Sondern wir haben auch eine jetzt qualitativ relativ hochwertige Seife. Auch wie Body Shop eigentlich, vielleicht sogar noch besser, sehr gut und sehr ökologisch. Und das Besondere dabei ist, dass der Verkauf dazu führt, dass, wie gesagt, die Kinder davon mit dem Geld essen können. Und es geht halt immer um Cent-Beträge. Also ein Essen für Kinder kostet in der Woche 15 Cent. Und der Kindergartenbetrieb kostet pro Jahr pro Kind 9 Euro. Es geht bei uns immer um sehr kleine Beträge. Applaus Dessert 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 Untertitelung des ZDF, 2020